hallo liebe freunde ich bin schön wieder da ich habe es jetzt geschafft ich bin hier in medina in der alte stadt schaut mal wie schön hier ist ich bin jetzt hier sie zu ganz oben auf kein kaffee er sieht hier dieser berühmte platz jammerknapp platz hier ist immer was los sehr sehr schöner blick ihr seht hier die alte stadt 1.200 jahre alt ich hoffe es hat euch das gefallen das ist nur der erste teil heute kommen noch mehrere videos auch lernen videos und bis zum nächsten mal schreibt mir auch im kommentar wo er war zum letzten mal im urlaub und was ist euer nächster urlaubsziel also bis zum nächsten mal tschüss ich bin hier in dieser alten bazar ich hab sie ich hab sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017